Ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 29. Juni 2022. Heute haben wir den Reichtum. Es ist die Zeit gekommen, in der dein Leben vor Wohlstand, Liebe und Erfolg überfließt. Du schöpfst aus den grenzenlosen Schätzen des Universums. Wie viel du dir davon nimmst, hängt von deiner Einschätzung ab, wie viel du verdient hast. Die Weisheit der Engel ermahnt dich, an dich selbst zu glauben und zu wissen, dass du viel mehr verdienst, als du bisher angenommen hast. Dann wirst du die wahren Reichtümer des Lebens anziehen. Um überall um dich herum Liebe zu spüren, musst du dein Herz für andere Menschen öffnen. Tue das, was dich gerade am meisten erfüllt, dann werden die Engel dir Freude, Erfolg und Zufriedenheit schenken. Vermehre deinen Wohlstand, indem du mit Güte und Freundlichkeit empfängst, bereitwillig gibst und für alles, was dir zuteil wird, Danke sagst. Genieße alles, was du hast, dann wirst du noch mehr bekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ich wünsche euch einen Wohlstand, einem Wohlstand. Untertitelung des ZDF, 2020